hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf diesem kanal heute mal wieder mal etwas wie so ein unboxing tatsächlich nicht als unboxing sondern nur in diesem design diesen diesen aufbau eines unboxings ein richtiges aufwendiges video kann ich dazu nicht machen es ist einfach eine viel zu einfache idee dafür auf jeden fall ich habe noch meine hand vor der kamera einfach um euch noch nicht zu spoilern also ihr müsst euch gedulden wenn ihr dieses video sehen wollt wo ihr spielt vor und das ist aber jetzt die beste stelle das leute und schreibt einen kommentar was ihr denkt was was jetzt auf euch zukommt es wird wahrscheinlich eh im titel stehen zumindest das haupt thema aber egal wenn ihr das letzte splatoon video noch nicht gesehen habt wisst wisst ihr es eh noch nicht also schreibt einfach in die kommentare oder es vergessen schreibt in die kommentare aber ich habe euch am letzten video auch nicht alles davon gesagt was jetzt auf euch zukommt also eventuell könnt ihr ja trotzdem noch etwas in die kommentare schreiben egal was egal was und ja dann würde ich sagen gucken wir einfach jetzt mal ganz schnell da rein was ich für euch hier habe und zwar einen korb wie so ein wäschekorb halt keine ahnung mehr habe habe ich seit meinem geburtstag tatsächlich mit den geschenken hier das ist nicht komisch das ist nicht komisch und ihr seht ja schon das erste das habt ihr noch nicht in meinem schlittun video gesehen aber das habe ich jetzt auch nur darüber gepackt weil es ist das einfachste was man somit alles so decken kann und zwar ist es ein dom tendo ich glaube glitscht keine ahnung logo hoodie so hatte ich jetzt glaube ich einmal zweimal an ist auf jeden fall gutes geschenk was erst im nachhinein kam das kam dann war das letzten donnerstag oder freitag ein einer von den beiden tagen glaube ich oder was mit auf jeden fall letzte woche nicht an meinem geburtstag entweder ein zwei oder drei tage später dass das glaube ich ja so auf jeden fall das wäre ein geschenk und wenn ich jetzt hier was hoch machen seht ihr schon gleich viel mehr einerseits seht ihr hier etwas rotes und zwar wieder was von dom tendo und zwar die cab seine main cab wahrscheinlich mit seinem logo drauf und ja es ist einfach ja ja einfach einfach so ich bin verändern ich bin für von dem pindu und mark happy's gerne an ihn häufig trete ich in meinen videos mit umgedrehten caps oder vielleicht nicht gedrehten caps auf also cap schreibt in die kommentare oder schreibt rein dieses video ist gut no cap das ist ein guter kommentar ok weiter geht's nehmen das nächste was kein geburtstagsgeschenk ist dafür aber muss ich mal noch etwas tun und zwar genau das ja auf jeden fall hier ihr könnt vielleicht ahnen es ist ein tablet nur noch mal sind wo es ist es kann es ist kein teures es ist kein besonderes ist kein großes marken tablet ich glaube ich glaube das ist normalerweise nicht wirklich glaube ich hätte herstellt sondern eher so laptops oder pcs kann das sein ich weiß es nicht auf jeden fall wir können mal ganz kurz auf den startscreen gucken wenn da keine besonderen nachrichten sind nein dann machen wir es kurz auf und zwar habe ich nur so machen was du mir jetzt hintergrund und zwar dieses schöne hintergrund bild ja ich hatte als ich mein altes tablet gehabt habe auch diese mario bros hintergrund bild aber das wollte ich nicht noch mal benutzen aber trotzdem mario bros wie war mario bros wie ist mein leben neben dem bus und mario bros 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 und ich euch noch zeigen könnte neben 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 dieser hülle habe ich auch noch meine alte hülle ja da könnte ich zwar weiter wird auch rein legen und was damit machen aber jetzt seid mal ganz ehrlich so ein richtig aufklappbares magnetisches magnetische hülle ist doch viel besser als so eine hülle oder vor allem man kann das viel besser aufstellen als hier mit dem ding hier und die hat nicht mal nicht mal so eine perfekte kamera hier das ist eigentlich für andere vielleicht gedacht passt nur von der größe her und ich habe das trotzdem behalten ist es ist meine kindheit und nostalgie einfach was mich nicht dazu bringen kann das loszuwerden ganz ehrlich ich werde ich werde das hier nicht los ich weiß dass sie nicht wegschmeißen oder sowas dass das liegt mir zu seinem herzen soll nicht mal als damit auch wegschmeißen ich meine es ist kaputt ist hat später es hat später das ganze stets verspittert und es wird ähnlich angehen aber was soll ich jetzt wegschmeißen okay dass da das ist das ist dann wieder zu viel dass das das ist wieder zu viel okay kommen wir zum nächsten ich pack mal kurz mein zeppet weg damit nicht hier rum liegt und nicht auftreten als würde mir das passieren so ihr seht da schon zwei sachen zwei sachen ich nehme mal das hier das kleinere und zwar ist das die donkey kong abenteuer dvd mit zwei dvds und zwar die komplette donkey kong abenteuer show die es bei uns in europa oder deutschland gibt europa weiß ich jetzt nicht ganz genau aber auf jeden fall deutschland wir haben nur eine staffel bekommen während es im englischen im englischsprachigen bereich drei oder zwei staffeln gibt das hängt davon ab welche wikipedia seite oder welche ja doch welche wikipedia seite macht schon sinn weil es sind auch immer noch wikis auch wenn es nicht wenn es nicht offiziell wikipedia ist welche seite auf jeden fall recht hat dann ja hier ist die rückseite da sind aber fakten und credits drauf und so eine beschreibung folgen so vier abgebildet die die schaut uns direkt in die seele das ist aber egal auf jeden fall coole dvd falls ich euch mal irgendwie genaueres zu dieser serie oder so gegeben soll so wie so ein fazit video wie so ein review video schreibt in die kommentare ob ihr das sehen wollt es gibt ja bereits irgendwie zwei videos auf youtube im deutschsprachigen raum von shimtex und von hockey gut alter kanal aber ich hatte ein video das gemacht falls ihr auch ein video von mir dazu sehen wollt schreibt in die kommentare ich hätte auf jeden fall bock aber ich wäre doch wissen ob ihr darauf bock hättet also schreibt in die kommentare da habt ihr habt jetzt etwas was ihr in die kommentare schreiben könnt also tut das so als nächstes nehmen wir dieses größere paketchen und zwar ist es ein nintendo der ist ja und das ist jetzt blöd ich habe eigentlich nach einem nintendo der ist leid gesucht habe dann aber irgendwie auch nach dem roten gesucht weil ein roter wäre schon nice habe dann nicht auf dieses e geachtet hier und dann kam halt dass da das das hier dabei raus und ich habe halt diesen dsi ich bin mich ist kein problem aber ich habe halt eigentlich nach einem des leid gesucht aber wie gesagt kein problem ich kann damit leben ein ds generell reicht mir auch schon so ich würde mal sagen wir machen das jetzt auch noch mal auf um das gute stück auch im real life zu sehen hier ist das ladekabel da unten ist noch die anleitung und hier ist das eigentliche stück hier ist kram ist das noch kein spiel drin ich habe noch nichts wirklich darauf gespielt ich habe versucht glaube ich hier ist nie eher vier karten drauf zu spielen aber es ging nicht tatsächlich ich habe mit dem stift rum gespielt dass auf jeden fall per flip note anna wie der name noch heißt oder ob der nur flip note heißt da habe ich ein bisschen was gemacht als es dreifach uhr war an meinung geburtstag oder am nächsten tag ich weiß es nicht hier auf jeden fall geht er an hier unten und es funktioniert auf jeden fall ich muss ich das aber nicht genau zeigen damit das wieder nur noch länger und das will ich ja nicht dass ich wäre eure zeit nicht verschwenden beinahe ok 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 so wir machen sie ja zu ich struggle gerade damit es ist zu das nächste was ich für euch habe wäre das hier keine ahnung was die marke ist was ich beim ersten mal genau dachte was es ist keine ahnung es ist ein geschenk von meiner schwester sie hat mir zu sich was geschenkt nicht erwartet und ich habe damit auch wirklich nicht gerechnet so es kommt völlig unerwartet es ist einfach ein stift ein stift der nicht mit batterien betrieben wird einfach nur so ein ja so einer halt so ein stift fürs tablet oder diese spitze hier kann man natürlich auch für die switch verwenden also quasi um level zu erstellen das finde ich tatsächlich sehr gut danke dafür und vielleicht kommt ja mal wieder was von super mario maker 2 ich weiß es nicht ihr wisst es vielleicht auch nicht aber wir werden sehen so jetzt kommen wir noch mal zu diesem guten stück was ich vorhin gesagt habe das ist ein brillentuch so ein putztuch das ist kein brillentuch das ist ein putztuch für mein tablet aber es wird sich gar nicht damit und jetzt kommen wir hierzu das ist sogar noch unverpackt oha denn das ist ja genau ist es ist noch verpackt und zwar die super mario bros 3 es ist die die abenteuer von super mario bros 3 ich habe auch ein video gemacht und ich habe es auf dvd es gibt wieder zwei dvds aber 13 folgen ich weiß nicht ob das ein problem gewesen wird es gibt mehrere synchron fassungen und ich habe es noch nicht angeguckt die kehrt auch nicht wo es offen wird aber ja und jetzt kommen wir zum highlight noch nicht weil ich nehme jetzt erst mal das hier und und zwar ist es auch ein domtendo teil und zwar habe ich hier den die den mini von von dem domtendo glitscht namen jetzt quasi angezogen doch doch schon aber nicht wirklich angezogen so aber ja ist cool ist cool und jetzt kommen wir zum highlight was ich nicht benutzen kann mein erstes gameboy advance spiel mario kart super circuit es sieht übrigens so aus weil es noch die originalverpackung ist und ja ich gebe jetzt halt nicht irgendwie so sechs millionen dafür aus um es brandneu zu bekommen so in guter verfassung so es reicht mir so das spiel funktioniert ich habe die originale hülle passt das spiel ist übrigens auch drin aber das muss ich nicht rausholen oder komm ich kann auf jeden fall nicht spielen ich habe eigentlich ich habe eigentlich dieses spiel gewollt wegen dem nintendo ds light ähm um das halt auch darauf zu spielen aber jetzt geht es nicht aber egal ich hätte mir wahrscheinlich irgendwann in den ds light oder gewalt waren sp holen i don't know auf jeden fall das war's mit diesem stück hier ähm mit dem video hier wenn es euch gefallen hat gibt dem video einen daumen nach oben lasst ein abo da und aktiviert die glocke um kein weiteres video mehr zu verpassen und wenn ihr noch was von was genau was du den sachen hier bekommen wollt die hier aber vorgestellt werden schreibt in die kommentare wie schon mal die country serie dings da angesprochen schreibt in die kommentare das war's dann hiermit bis dann und ciao umgehe schwarz bis dann 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 Vielen Dank.